Ja, hab ich schon mal ne Grube bestellen. Die kannst du machen. Ich ne? Naja, irgendwie da so ein Kind. Account vom Papa geklaut. Der Pirater hier. Sammler Pirate 01. Und der Admiral Nitzkrieg. Naja, da wisst ihr schon. Wenn du dir den Namen anguckst, siehst du schon immer, ob du gewinnst oder verlierst. Ich guck mal, dass ich euch schon mal ein bisschen hier was aufmachen kann. Abyssless botte. Genau. Fahr mir rein, da bin ich eingefecht länger. Die fahren alle runter, ne? Ja. Wie's aussieht. Ich glaub's euch alle aufgemacht jetzt hier. Ja. Hat die sich festgefahren? Jan? Ja, ich weiß auch nicht. Da hinten noch. Jetzt seh ich sie nicht mehr. Oh, da ist er. Ja. Ich hab's auch nochmal getroffen. Ich hab mal getroffen. Voll getroffen. Ich habe die Zephyr schon offen. Toll, alles drüber gestreut. Da ist der Albrecht da drauf. Ja, bin ich auch, der fährt aber ziemlich langsam, so wie das aussieht. Gibt's doch gar nicht, ich treff ja jetzt gar nichts. Dreck. Albert brennt. Dann kriegt Taubes ab. Bei 3. Müsst ihr jetzt raus, gell? Mal gucken. Hoffen. Ich habe da vorhin eine Runde gehabt mit einem Haufen Schaden und jetzt treffe ich gar nichts mehr. Brennt nochmal die Albert. Wer geht raus? Kann er nicht kompensieren? Ist das geil. Kommt der Friand rein, sehr schön. Waiorio, die bremst gerade. Ja. So, die Lengie ist das glaube ich. In der Hochschule hat keine Jäger mehr. Dürfte keinen mehr. Oder wie viele Staffeln hat die Hosho? Müsste ich jetzt lügen. Wird ja die ganze Zeit hier rückwärts und ich komm jetzt nicht mehr ran hier. Komm, komm, komm. Sehr schön, der ist raus. Greift dein Flugzeug an, Papa? Ja. Hier kommt ein zweiter Torpedobomber. Kannst du den runterholen? Der greift von alleine an, dann kann ich nichts machen. So. Der greift von alleine an. Kommt ein DD rein. 6,8 Kilometer. Ja, ich weiß. Wollte mal kommen. Ich werde nämlich jetzt voll in die Mangel genommen hinten mit den Torpedos. Ich glaube, eins habe ich runter unter einem Flugzeug. Dabei haben wir getrunken. Hab ihn. Ja, super. Mal den Torpedos hier geworfen. Kommt der nächste, Masukasa. Den habe ich rausgenommen. V-170 Scheiße Das war jetzt Komm bum 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 So, Wyoming macht nichts die andere ne? Das wäre ich leider Ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020